hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video bevor wir mit diesem video starten möchte ich dich recht herzlich zu unserem gratis webinar einladen dessen link du unten in der video beschreibung findest in diesem kostenlosen webinar werden wir dir schritt für schritt zeigen wie du deinen ex partner in wenigen tagen zurück bekommst und welche fehler du genau jetzt niemals machen solltest außerdem können wir dir ganz gezielt auf deine derzeitige situation eingehen um gemeinsam eine lösung zu finden die genau auf deine bedürfnisse ausgerichtet ist melde dich also direkt nach dem video mit einem klick in der infobox kostenlos an und jetzt viel spaß mit dem video beziehungsnachschlag kriegt deinen ex zurück trotz neuer freundin vier tipps wie du es schaffst kennst du das auch es ist plötzlich aus mit deinem ex doch du weißt genau das war es noch nicht die welt kommt ihr ungerecht vor denn jetzt bist du einsam und verzweifelt vielleicht gab es einen dummen schreit bei dem ihr dinge gesagt hat die gar nicht so gemeint waren oder du bereust das gesagt jetzt und würdest alles dafür geben es richtig zu stellen er blockiert deine anrufe sogar du willst noch eine chance haben alles zu sagen vielleicht ist er dem gespräch ausgewichen du willst ihn zurück haben wünscht dir einen beziehungsnachschlag du denkst ihr eigentlich doch zusammen und du hattest nicht genug zeit ihm oder ihr das wirklich zu sagen dummerweise kommt noch hinzu dass da schon jemand neues ist aber ist das vielleicht nur eine lückenfüller freundin könnte ja sein er liebt dich auch noch sehr und kann nicht allein damit umgehen so dass da gleich jemand anders her muss als art lückenbüßerin wie es auch immer gelaufen ist nur mut denn mit diesen vier tipps zeigen wir dir wie du dein ex wieder von dir überzeugen kannst und deine neue chance bekommst so kriegst du den ex zurück trotz neuer freundin tipp nummer eins zeige dich selbstbewusst und präsent wie kriegst du den ex zurück trotz neuer freundin das hier weiß eigentlich jeder bei dem problem ex zurück trotz neuer freundin die rolle der nervigen anhänglichen ex freundin zu spielen die einem hinterher läuft bringt dir nicht allzu viele punkte denn absolut keiner mag stalker im gegenteil das treibt ihn eher in die arme der neuen freundin denn nichts ist anstrengender als die schwäche voll auszuleben der abgelegte partner zu sein elend lange liebesbekundung bei whatsapp oder komm zurück botschaften in seinem briefkasten gar nicht gut attraktivität entsteht da wo man den anderen nämlich nicht braucht anziehung passiert wenn man unabhängigkeit und stärke ausstrahlt hier musst du also mit köpfchen vorgehen am ende aber tust du dir selber damit etwas gutes wenn du ihm zeigst wie stark du wirklich bist denn das bist du dazu machst du also folgendes bei deinem problem ex zurück trotz neuer freundin zeige dich richtig stark doch bleibe irgendwie in seiner nähe unscheinbar und dezent keine verheulte ex freundin sei die taffe frau als die er dich kennt wenn ihr gerade keinen realen kontakt habt kannst du an virtuellen orten wie instagram oder facebook deine präsenz zeigen poste dort dinge die ihm zeigen dass du gut drauf bist und das leben positiv für dich weitergeht dass du witzig bist zum beispiel er muss dich da sehen können ohne dass du ihm aufdrünglich erscheinst das wichtigste bei dem problem ex zurück trotz neuer freundin tritt souverän und selbstbewusst auf auch wenn es schwer fällt für dich geht das leben weiter und du musst ihm zeigen wie gut du damit klarkommst es klingt merkwürdig doch so funktioniert das mit der anziehung er weiß eigentlich schon lange was er an dir hat deine stärken und sowieso ihr zusammengekommen seid zeig ihm das nochmal zeig ihm dass du es wert bist indem du es dir selbst wert bist statt depressiv im bett rum zu hängen und nichts mehr zu essen vor lauter liebeskummer geh raus und startet was neues und lass ihn das sehen letztlich wird er nur so sehen was er an dir hatte wenn du ihm nachläufst oder gar als beste freundin erhältst die sich wohl möglich noch den beziehungs talk oder sogar schwärmereien der ersten woche über die neue anhören muss vergiss es den ex zurück trotz neuer freundin sei dazu in seiner nähe und zeige dich stark und unabhängig wenn er erst sieht wie gut du damit klarkommst wird er vielleicht auch ins grübeln kommen was er dir bedeutet und der ehrgeiz ist angestachelt ist dir auch zu beweisen dass eure liebe echt und wertvoll war am entscheidendsten ist es aber dass du es knallhart durch ziehst beim zurückerobern deines ex trotz neuer freundin darfst du nicht einknicken und schwach werden such dir zum beispiel guten support bei freunden die dich in deiner starken phase unterstützen und auch aufhalten können wenn du schwächeln solltest mach das vorher vielleicht beide zusammen aus und sagt einer freundin zum beispiel wenn ich ihn doch schreiben will rede mir das bitte unbedingt aus wenn du es schaffst knallhart durchzuziehen die starke unabhängige ex freundin zu sein kriegst du ihn wieder für dich interessiert tipp nummer zwei vergleiche dich nicht mit der neuen wie kriegst du den ex trotz neuer freundin zurück egal wie verlockend es ist vergleiche dich nicht mit seiner neuen freundin es wird dir absolut nichts bringen du solltest lieber davon absehen dir auszumalen wie sie aussieht was sie vielleicht hat was du nicht hast wie sie beide sich küssen stopp lass das sofort sein den ex zurück trotz neuer freundin stattdessen kümmere dich um dich selbst um deine eigenen stärken schreibe jeden tag drei dinge auf einen zettel die dich liebenswert machen und was andere an dir toll finden so stärkst du deinen selbstwert und kommst letztlich bei deiner gesamten umwelt gut an und das wird auch deinem ex auffallen was auch immer die beiden da für eine neue beziehung haben ob sie für ihn eine übergangsfreundin ist einer lückenbüßerin oder sonst was du kannst nicht dazwischen es ist am ende nur seine wahl was er da macht und du solltest bei dir bleiben und den fokus darauf haben dich selbst zu stärken denn nur dann wirkst auch du wieder attraktiv auf ihn ein hinweis manche menschen sind sogenannte beziehungshopper sie können einfach nicht gut allein sein nach einer trennung stürzen sie sich direkt in die nächste beziehung anstatt erst einmal zu verschnaufen und zu verarbeiten die kehrseite davon ist jedoch dass sie im grunde gar nicht bereit sind sich auf jemand neues einzulassen meist kann also so schnell gar nichts neues mit der freundin entstehen denn dafür braucht man zeit da dein ex eigentlich noch so mit dir verbunden ist hast du also noch alle karten in der hand ihn zurück zu gewinnen was ist er also für ein typ springt er von einer zur nächsten beziehung und lässt sich selbst kaum zeit zum verarbeiten was auch immer die beiden aber teilen du musst dein ding durchziehen und vertrauen haben dass alles in ordnung kommt und dass eure liebe noch eine chance bekommt wenn sie tief genug war und er der richtige ist wird es so kommen du solltest auch davon absehen besonders viel über die neue freundin nachzudenken oder zu sprechen besonders wenn du negative dinge über sie sagst umgibst du dich selbst mit negativen gedanken und das schwächt dich selbst auch von innen heraus am besten du legst dir eine art themenverbot auf alles was die neue freundin betrifft vermeide denn es schwächt dich von innen eifersucht und neid sind sehr starke und lebende gefühle die dir nicht gut tun und dich letztlich auch gar nicht weiterbringen sie treibt ihn nur in ihre arme akzeptiere und nutze eure trennung tipp nummer drei wie kriegst du den ex zurück trotz neuer freundin anstatt in selbst mitleid zu versinken hast du dir schon einmal die frage gestellt wieso es eigentlich zu eurer trennung kam und vielleicht sogar was daran gut ist nein darin ist überhaupt gar nichts gutes sagst du sofort aber das stimmt nicht den ex zurückholen trotz neuer freundin manchmal müssen dinge die zusammen gehören erst einmal getrennt sein damit man spürt was man eigentlich an dem anderen hatte es mag sein dass eure liebe durch die trennung sogar reift und ihr erkennt was bisher zwischen euch so passiert ist dazu gehört auch vor allem was zwischen euch schief gelaufen ist und das könnte in einem zweiten beziehungsanlauf besser funktionieren doch dazu braucht es eine richtige distanz das gefühl dass es jetzt wirklich aus ist in jeder beziehung läuft irgendetwas schief doch man erkennt es kaum wenn man die ganze zeit da drin steht der abstand kann einem eine neue perspektive ermöglichen und du siehst dinge vielleicht klarer die du vom leben möchtest und auch was du nicht möchtest dachtest du bisher vielleicht diese trennung bedeutet ein untergang zugegeben in den ersten tagen kann man sich oft wirklich richtig mies fühlen so kannst du diese zeit doch richtig produktiv für dich nutzen das wichtigste ist dein entschluss du musst dir bewusst machen wie du von nun an damit umgehen willst und du triffst die entscheidung dass die trennung geschehen ist weil vielleicht ein tieferer sinn dahinter steckt dann ok dann kannst du sie auch nutzen nur wie sie dir all die freie zeit an die du nun zur verfügung hast und die ihr sonst zusammen verbracht hätte in dieser kannst du wenn es auch am anfang schwer fällt einige neue menschen kennenlernen und neue hobbys entdecken auch der eine oder andere flirt ist nun absolut erlaubt oder denk an neue orte du kannst endlich reisen unternehmen zu denen ihr zwei zusammen oft einfach nicht gekommen seid vielleicht konntest du auch vieles nicht machen weil er darauf immer keine lust hatte und ganz allgemein solltest du dich einmal hinsetzen und eine liste machen die sogenannte shitlist wo du alles aufschreibst was du in der beziehung nicht machen konntest weil ja jede beziehung immer mit kompromissen zu tun hat nun musst du für den moment keine dieser kompromisse mehr eingehen du bist frei wie ein vogel versuch es also mal und genieße dein leben richtig bewusst du wirst sehen das wird er bemerken und dich dafür bewundern vielleicht kommt er schon bald an und erkundigt sich wie es dir geht weil er auf instagram und co gesehen hat wie gut es dir geht das funktioniert doch nicht denkst du doch denn wenn du es wirklich willst wird sich auch der liebeskummer groove schon bald verziehen und du wirst dich besser fühlen wie kriegst du den ex zurück trotz neuer freundin tipp nummer vier vertraue in dein marktwerk und sei cool erinnerst du dich an die schule wer waren die beliebtesten kids der schule es waren meist diejenigen die sich nicht zu wichtig genommen haben die coolsten und begehrtesten waren die die selbstbewusst waren und einfach immer ihr ding gemacht haben die sich nicht allzu viele gedanken und sorgen gemacht haben sei so cool wie du kannst indem du einfach spontan bist und das machst wonach dir ist ohne selbst zerstörerisch zu werden das ist dabei auch wichtig hol dir also alles was dir sich gut anfühlt aber achte auch auf grenzen dabei man kann feiern gehen sollte sich aber nicht jeden abend völlig betrinken zum beispiel man darf gerne auf den einen oder anderen flirt eingehen sollte aber nicht jeden abend mit jemand anderem zusammen sein bleibt auf das wesentliche fokussiert dass es dir nach der trennung erst einmal besser gehen sollte und dich nicht gleich wieder verhaspelst wenn du all diese tipps umsetzen konntest oder dabei bist bedenke du tust dir gutes und das hat auswirkungen auf dein ganzes leben und du bist die person mit der du die meiste zeit des lebens verbringen wirst die anziehung anderer menschen hängt damit zusammen was du über dich selber denkst wie gut du dich findest wie sehr du wirklich zu dir stehst und wie eine sprache lässt sich eben auch das selbstwertgefühl trainieren du musst es eben jeden morgen machen und auch das fängt mit kleinen dingen an wie deinem frühstück und morgens etwas zeit für dich zu reservieren in der du dir gutes tust eine runde yoga wenn du das magst ein leckeres frühstück zu bereiten oder in aller ruhe dein kaffee zu trinken das sind alles dinge die dein selbstwertgefühl stärken können egal wie es mit deinem ex weitergeht hier investiert du in dich und deine zukunft und das wirkt sich direkt auf die anziehung anderer menschen aus es steigert deinen marktwert und macht dich begehrenswerter man weiß nie was noch auf einen zukommt und ob eine beziehung wieder zusammenkommt oder eben nicht ob ihr zusammen gehört das wird die zeit zeigen aber wichtig ist dass du die hoffnung nicht verlierst du solltest vertrauen haben dass sich für dich alles zum besten entwickelt und du wirklich absolut begehrenswert bist hab also vertrauen in deinen marktwert und du jeden tag was dafür dass du dich mit dir selbst gut fühlst in bezug auf dein problem den ex zurück trotz neuer freundin hilft auch hier wieder geduld und vertrauen haben wenn du es loslässt und akzeptiert dass ihr erst einmal getrennt seid erhöhen sich die chancen dass dir danach wieder etwas positives begegnen kann wenn du optimistisch nach vorne blickst und gehst wird der das bemerken und wenn eure liebe noch ein nachschlag vorbestimmt ist dann wird es auch so kommen ich hoffe dir hat auch dieses video gefallen und ich würde mich natürlich sehr über ein like und ein klick auf den abonnieren button freuen damit du nichts mehr verpasst denke bitte auch an unser kostenloses webinar was wir dir unten in der video beschreibung verlinkt haben wir zeigen dir dort alle tricks und kniffe um deinen ex partner in wenigen tagen zurück zu bekommen und welche fehler du derzeit unbedingt vermeiden solltest derzeit haben die meisten unserer kunden dies in weniger als 17 tagen geschafft ich würde mich sehr freuen wenn auch du einer von diesen glücklichen bist und wir uns gleich im webinarraum wiedersehen bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.